Okay, one of the guys said, okay, we give you a choice, you run, whatever we catch, we kill. They beat you, they stab you, and they kill you. Sie schlagen dich, sie stechen auf dich ein, sie töten dich. Gewalt gegen lesbische Frauen, auch Südafrikas Theaterszene versucht das Unfassbare zu begreifen. Ich habe auch schon Shakespeare gespielt, sagt diese Schauspielerin, die selbst lesbisch ist. Aber ich glaube, wir müssen nun diese Geschichten erzählen, denn es geht um Leben und Tod. Es sind Geschichten wie die von Ndumi und Desri, Frauen, die für manche Männer in den Townships eine Provokation sind. Sie beide sind lesbisch. Desri ist vergangenes Jahr vergewaltigt worden. Sie war nicht zufällig Opfer, es war eine sogenannte Erziehungsvergewaltigung. Der Täter wollte sie von ihrer Homosexualität abbringen. Dabei war er ein Freund der Familie. Ab und zu hat er gesagt, dass er etwas gegen lesbische Frauen hat, erzählt Desri. Aber mich meine er damit nicht, ich sei ja schließlich mit ihm befreundet. Das waren die Warnzeichen und ich hätte sie beachten sollen. Desris Freundin Ndumi lebt in Nyanga, einem der Townships von Kapstadt. Ihre Hütte ist zugleich ihr Büro. Von hier aus organisiert sie eine Selbsthilfegruppe für lesbische Vergewaltigungsopfer. Hunderte Fälle pro Jahr erlebt sie allein hier in Kapstadt, sagt Ndumi. Sichere Statistiken gibt es nicht. Ndumi hilft bei der Verarbeitung des Traumas und oft ganz einfach bei der medizinischen Versorgung. Manche Täter gehen mit erschreckender Brutalität vor. Diese Frau wurde mit einem Draht stranguliert und an den Augen verletzt. Die Vergewaltigungen und Zeugenaussagen dokumentierten Ndumi. Auch die Geschichte dieser Frau, die mit brennendem Paraffin übergossen wurde. Es sind Fälle wie diese, die Ndumi in ihrer Arbeit antreiben, aber auch der Tod ihrer eigenen Lebensgefährtin. Sie kam von der Toilette, als sie auf einer Party war. Plötzlich standen da fünf Männer. Sie dachte, die wollen auch auf die Toilette und hat sich entschuldigt. Doch dann haben sie sie ausgezogen, haben sie angeschrien. Du Schlampe, schläfst mit Frauen, dabei siehst du doch so gut aus. Sie haben sie bei vorgehaltener Pistole vergewaltigt. Dabei hat sie sich mit Aids infiziert. Ein paar Jahre später starb sie an einem Sonntag. Verzweiflung angesichts der Gewalt war auch die erste Reaktion von Pam Nagwabeni. Mittlerweile verarbeitet die Schauspielerin ihre eigenen Erfahrungen in einem Theaterstück. Die schwarz-afrikanische Kultur gibt das doch vor. Als Mann hast du die Macht. Du kannst deine Frau schlagen, wenn sie nicht mit dir schläft. Und du kannst so viele Frauen haben, wie du willst. In der Realität haben die meisten Männer eben doch nur eine Frau. Und dann komme ich, die Lesbe, und habe all diese hübschen Freundinnen. Habe sogar drei davon. Das ist für die Männer eine Bedrohung. Sie glauben, dass ihre Macht schwindet und die der Lesben zu groß wird. Als lesbische Frauen ein selbstbewusstes Leben führen, das ist das Ziel von Ndumi und Desri. Sie haben zwar auch heterosexuelle Freunde, doch so mancher Mann begegnet ihnen mit Skepsis oder gar offener Aggression. Gott hat Frauen und Männer geschaffen, sagt dieser Mann. Denn ohne richtige Frauen gäbe es keine Kinder. Er wird noch deutlicher. Ich habe keine Zeit, sie selbst zu vergewaltigen. Aber wenn andere ihnen zeigen wollen, wo es lang geht, dann bitteschön. Sie sollten sie vergewaltigen und ihnen zeigen, dass es Spaß macht. Ich glaube, dann werden diese Frauen es auch auf eine schönere Weise haben wollen. Er glaubt, dass moderne Männer kein Problem mit Lesben haben. Das sind doch eher die, die vom Land kommen. Für die ist es immer noch schwer zu verstehen, dass manche Männer Männer lieben und manche Frauen Frauen. Die südafrikanische Schwulen- und Lesben-Szene ist in den Townships rund um Kapstadt sehr aktiv. Die südafrikanische Verfassung gilt als besonders liberal. Auch homosexuelle Ehen sind erlaubt. Und dennoch, gerade hier leben Lesben und Schwule auch besonders gefährlich. Und Dumi und Desri ist das bewusst. Doch sie wollen sich nicht verstecken. Sie leben mit der Gefahr. Ich habe daraus gelernt, Männern misstrauisch zu begegnen. Manche wollen sich mit mir anfreunden. Und ich verstehe das dann meistens völlig falsch. Denn im Hinterkopf habe ich immer den Gedanken, die Männer, das sind die Feinde. Gegen die Angst der Frauen will Dumi ankämpfen. Eine Fußballmannschaft, in der ausschließlich lesbische Sportlerinnen spielen, hat sie deshalb gegründet. Der Fußball soll das Selbstbewusstsein der Frauen stärken, soll dabei helfen, die Gefahr zu vergessen. Meine Zukunftsvision ist, dass wir ein langweiliges, einfach ein stinknormales Leben führen können, sagt auch Desri. Aber dafür müssen wir kämpfen. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich selbst dabei eine aktive Rolle spielen will. Ich habe mich auf mich selbst zu sein, um zu sein, als die Rolle spielen. Ich habe mich auf meine Liebe und mich frei. Ich bin bruise und blöde. Amen.